Wie lauten Olga Befehle, mein Meister? Entfernt diese anmaßenden Kreaturen, wie ihr wünscht, mein Gebieter. Du bist ein guter Mensch, du darfst das nicht tun. Nein! Als kleiner Junge hatte ich einen Traum, ich wollte für die da sein, die für mich da waren und niemals Angst haben. Ich hatte den Traum, ein großer Mann zu werden, meiner Liebe eine Chance und meinem Leben einen Sinn zu geben. Ich war ein Macht. Ihr werdet die Macht der dunklen Seite kennenlernen. Angst. Angst ist mein Verbündeter. Die Macht ist stark in mir und ihr werdet Zeuge sein. Wenn der Imperator dich und das Holokorn in seine Fänge bekommt, ist die gesamte Galaxis in Gefahr. Ihr hättet euer Versteck nicht verlassen sollen. Das ist dein Schicksal. Du kannst die Ab mortiska example, keine Aberde velocidade guitarisch. Das ist dein Schicksal. Dich wurde